Genug Gesprächsstoff an diesem Tag bei Phoenix im Bonjour mit der Berliner Parlamentskorrespondentin der Taz, Anja Mayer. Schönen guten Tag, Frau Mayer. Guten Tag, Herr Bauer. Also, Frau Mayer, dann beginnen wir doch mal mit dem Thema Iran. Aus Iran heißt es gestern Abend, die EU habe jetzt nach dem Ausstieg der USA 60 Tage Zeit, sich zum gemeinsamen Atomabkommen zu entscheiden. Wie diskutiert man das in Berlin? Wie soll das gehen, wenn die USA ja gleichzeitig jeglichen Handel mit Iran, der ja im Abkommen festgehalten ist, dieser Handel, den verbietet? Die Diskussion hier in Berlin findet jetzt vor allem natürlich hinter verschlossenen Türen statt. Also, was wir jetzt erleben, was nach außen dringt, also wenn der Bundeswirtschaftsminister sich einlässt oder der Bundesjustizminister, dann geht es, das ist schon die hohe Diplomatie, der wir hier beiwohnen dürfen. Es geht natürlich im Kern darum, Europa zu vereinen. Also, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, das ist aber natürlich gar nicht so einfach. Europa ist eigentlich bis jetzt fast undenkbar gewesen, ohne die USA. Und jetzt quasi während der Fahrt einer ausgestiegen und die anderen müssen jetzt mal schauen, wie sie mit ihrem Partner, in diesem Fall mit dem Iran, wieder in neue Gespräche kommen und ihn bei der Stange halten. Das ist wirklich sehr kompliziert, gerade eine sehr komplexe Angelegenheit. Und man sieht es schon eigentlich daran, diese 60-Tage-Forderung des Iran und die anderen Seiten sagen 90 Tage. Da geht es schon los, da fühlt man sich quasi schon mal so ein bisschen, da testet man schon aus, was geht, was geht nicht. Es ist klar, der Iran ist jetzt in der Vorhand, weil Europa möchte gern den Iran im Abkommen halten. Führt das am Ende aus Ihrer Sicht zu einer möglichen Komplettsprengung der transatlantischen Beziehungen, wenn Sie sich in Berlin umhören? Also Komplettsprengung würde ich erst mal ausschließen, das wäre ja der Gau. Natürlich, Europa ist in diesem transatlantischen Verhältnis eigentlich ohne das nicht zu denken, gar nicht zu denken. Das Problem ist, glaube ich, gerade der US-Präsident, der sozusagen, wo immer es geht, irgendwie eskaliert. Also NATO, Klima, jetzt eben das Iran-Abkommen seines Vorgängers Obama. Und da merkt man, der Mann will eigentlich nur abschaffen, was der Demokrat vor ihm zusammengeschustert hatte. Das gelingt ihm zurzeit. Also er streibt einen tiefen Keil zwischen diese beiden Lager. Das sind die wichtigsten westlichen Partner. Aber es ist ja nicht zu übersehen, dass Europa sich gerade zusammenbruckelt. Also morgen gibt es dieses Treffen der Außenminister zusammen mit Frau Mogherini. Und dann hoffen wir mal, dass sich da schon ein bisschen was danach ergibt. Genau so ist es. Morgen gibt es das Treffen der Außenminister Europas und der Europäischen Union zusammen mit dem Außenminister Irans in Brüssel. Die Bundeskanzlerin, weil sie eben ja darauf zu sprechen gekommen sind, transatlantische Beziehungen auch nochmal, war ja am Wochenende auf dem Katholikentag in Münster. Sie selbst kommen gerade vom Katholikentag. Da hat Angela Merkel ja sehr deutlich doch nochmal darauf hingewiesen, dass eben offenbar Beziehungen nicht unbedingt in Stein gemeißelt sind und man eben doch auf alles vorbereitet sein muss. Ich lese mal so zwischen den Zeilen. Wie haben Sie das wahrgenommen, diese Rede dort? Ja, ich fand das interessant. Also für die Katholikinnen und Katholiken dort in Münster war das vielleicht nicht so toll, weil quasi auf ihrem Fest Außenpolitik betrieben wurde. Aber es ist, da schauen eben sehr viele Leute hin, wo Angela Merkel spricht. Und sie hat dort eigentlich einen Gedanken nochmal vertieft, den sie bereits letztes Jahr im Wahlkampf schon mal geäußert hat. Sozusagen, wir dürfen uns nicht mehr so verlassen. Wir müssen uns unabhängiger machen von den USA. Das muss man sagen, ist jetzt nach einem Jahr, kann man eigentlich das andersrum sehen. Die USA machen sich gerade unabhängiger von Europa, von Deutschland. Und was Frau Merkel gerade macht, wenn ich das richtig interpretiere, ist, eine gewisse Stärke zu signalisieren. Also sozusagen, wir haben unseren eigenen Kopf, wir haben auch Verbündete und wir lassen uns jetzt nicht, also wir werden jetzt nicht einfach beiseite treten und den USA einfach durchgehen lassen, dass die so ein wichtiges, verbindendes Abkommen wie das Iran-Abkommen einfach zerstören. Sondern wir arbeiten daran, dass davon noch was bleibt. Was davon bleibt, das wird man sehen. Also ich bin da im Moment wirklich sehr besorgt und sehe das noch nicht so richtig. Okay, dann würde ich mit Ihnen gerne noch ein Thema des Wochenendes abarbeiten, in Anführungszeichen, was sicherlich im politischen Berlin noch einige Wochen diskutiert werden wird. Wir hatten am Wochenende auch hier live bei uns bei Phoenix den FDP-Parteitag. Der stand unter einem neuen, Neudeutsch nennt man das glaube ich Claim, Innovation Nation. Also eine innovativere Nation möchte die FDP. Am Ende hatte man das Gefühl, dass davon nicht viel übrig bleibt nach diesem Wochenende, sondern eher ein Teil einer Rede von Christian Lindner, dem FDP-Vorsitzenden, bei dem er ein Beispiel nennt, wie ein Ausländer in gebrochenem Deutsch beim Bäcker in der Schlange steht, dort Brötchen bestellt und alle Menschen in der Schlange würden sich fragen, ob das jetzt der neue hoch ausgebildete Entwickler wäre, den Deutschland braucht oder ein illegal Eingewanderter. Was machen Sie aus diesem Wochenende der FDP? Naja, man merkt einfach, die FDP ist immer noch diese Ein-Mann-Partei von Herrn Lindner und Herr Lindner ist wirklich ein schlauer Kopf, aber manchmal gehen sie so ein bisschen mit ihm durch. Also er redet gerne griffig, so bildlich und da sind sie ihm einfach, da ist sie ihm einfach abhandengekommen, sein guter Stil und eigentlich glaube, er weiß es auch besser. Also schauen wir mal, was er da gesagt hat. Er hat im Grunde gesagt, wenn Sie beim Bäcker stehen und da hat jemand eine andere Hautfarbe, dann muss der Staat dafür, und zwar in ihrer kleinen Bäckerei an der Ecke, dafür sorgen, dass sie ganz sicher sein können, dass dieser Mann nicht jeden Moment ein Messer zieht oder diese Frau. Und das ist einfach, das seht ein Misstrauen zwischen den Menschen. Also aus meiner Sicht ist es Rassismus. Er sagt natürlich, man soll sich nicht so haben jetzt, das ist nett gemeint. Aber da besorgt er natürlich auch das Geschäft der AfD damit, das muss man einfach sagen. Das wollte ich gerade sagen. Das wirkt so ein bisschen so, als wenn hier die Wähler der AfD angesprochen werden sollen. Zum Abschluss mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Was heißt das denn? Also wo steht denn die FDP? Reibt die sich gerade auf im Versuch, einerseits sich zentral zu positionieren, andererseits rechts doch was abzugreifen, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden zwischen AfD und Linken und Grünen? Na ja, sie hat einen super Wahlerfolg hingelegt und jetzt muss sie irgendwie versuchen, daraus was zu machen, weil sie hat die Verantwortung wieder abgegeben. Und alles, was sie jetzt tut, ist quasi Kompetenz anmelden, die sie hätte wahrnehmen können als Regierungspartei. Das hat sie nicht gemacht und das fällt ihr jetzt auf die Füße. Der Laden ist gerade ein bisschen lahm, das muss man schon sagen. Klare Worte an diesem Tag bei Phoenix. Anja Mayer, vielen Dank. Nach Berlin im Bonjour, die Parlamentskorrespondentin der Taz. Wiedersehen.